Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pioniers of Pagonia. Wir sind zurück, wir haben das letzte Mal, das erste Mal erfolgreich Schämen besiegt und haben jetzt die große, glorreiche Aufgabe mit unserer kleinen Armee von 25, sie ist vollzählig, einmal direkt beim Folgenstart in die Banditenlager einzureiten und alles niederzubrennen, was uns in den Weg kommt. Mit meinen 15 Elite-Soldaten, 5 Waldläufern und 5 Draufgängern. Falls da auch nochmal Schämen kommen, wobei ich würde die Elite-Soldaten, wenn wir, vor Schämen müssen wir Reißaus nehmen, da darfst du nur Waldläufer reinschicken. Unsere ganzen Elite-Soldaten, die Dinger sind schweineteuer Elite-Soldaten, allerdings werden wir dafür jetzt durch die Banditenlager durchrennen. So Freunde, ihr wollt Stress? Ihr klaut mein Zeug? Hier komm ich. Oh, das sind viele. Äh, hallo? Okay, Diebstimmt auch. Vor allem, die lassen die kleinen armen Waldläuferinnen vor. Ist korrekt, Freunde. Ist korrekt. Geschickter Dieb. Ja, ich habe Elite-Soldaten. Hallo, die haben eine Kampfstärke von 4,1, 16,1. What? Wir haben eine Kampfstärke von 16,1, Freunde. Ganz ehrlich, wenn da überhaupt einer stirbt, wäre ein Wunder. Sind welche gestorben? Bei 16,1 gegen 2. Oder 4. Ganz ehrlich, hier dürfte eigentlich gar kein... Guck mal, hier sind lege all meine Waren rum. Da dürfte echt wirklich gar keiner sterben. Ich meine, guck mal hier. 16, 16, Freunde. Cool, wenn es eine Schnelltaste geben würde. Hierfür. Ich nutze die Z-Taste da links. Oh, hier sind noch mehr. Das Geile ist halt auch, wir haben direkt die... Ist das dein Ernst? Hallo, das sind meine Waren. Aber wir haben keine Waren. Doch, wir haben Wäldläufer dabei. Ne, Draufgänger. Da kommen Wäldläufer. Aber die kriege ich nicht mehr, oder? Wie viele das sind? What the hell? Das sind sehr viele. Ein... What? Oh, 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 okay. Wir brauchen vielleicht doch noch ein paar Alides. Alter, wie viele sind das? Das wird ja voll die Mastenschlacht. WTF? Guck mal, wie viele das sind. Heiliger. Okay, das ist aber das... Das muss ja das Hauptlager sein. Okay, wir verlieren tatsächlich einige Einheiten. Gerade weil unsere Waldläufer und Draufgänger gehen. Alle hops. Aber gut, die verlieren mehr. Holla. Boah, okay. Da hüpfen wir noch zwei, drei Hasen ausrum, aber trotzdem. Das ist ja mega krass. Du wirst von einem Dieb angegriffen. Gleich nicht mehr. Welche Diebe? Boah, da um es ja noch mehr. Wie viele das sind. Er schlägt sich super. Getötet von Veteranen, Soldat. Getötet von Veteranen, Soldat. Vielleicht gibt es auch nicht mehr, Freunde. Aber wie viele. Krass. So. Weiter geht's. Da unten kommt schon der Nachschub. Wir haben unendlich Nachschub produziert. Aber es war gut, dass wir unendlich viel Elites Soldaten produziert. Das war auf jeden Fall kein Fehler. Ja, die laufen auch bis so hoch. Geil. 200 Diebe dahin gemetzelt. Von meinen. Hier, der geschickte Dieb. Kommst du noch hier, kommst du noch da ran? Komm, der, der und dann ist das Lager auch fallen. Das ist der letzte, glaube ich. Das ist überhaupt so weit weg von dem Lager. Ah ja. Sehr schön. Aber natürlich wieder der Draufgänger. Die arme Sau. Ja, war ja klar. Der Liede, äh, Veteransoldat. Bam. Ganz ehrlich, mehr können da nicht sein, oder? Wir haben alles ausgerottet, was... Wie viele... Das ist mal ein Schlachtfeld. Guck dir das mal an. Hier liegen Leiche über Leiche. Über Leiche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 13, 14, 15. Flachs. Keine Ahnung, es sind Minimum 30 Stück, die wir gerade da hingemetzelt haben. Cool. Also, wie man es sieht, aber wir haben gewonnen. Von dem her, cool. Okay. Das heißt, das hier ist clear. Gut. Dann könnt ihr Mission erstmal abbrechen. Ähm, gut. Wir können nach der hinten noch erobern. Ich würde tatsächlich sagen, ein Entdecker posten. Sind wir den noch irgendwie herangeklatscht? Nee, oder? Es ist schade, dass du hier immer... Du hast immer zu wenig Platz irgendwie. Guck mal, wir haben ja massenweise Gebiete auch erkundet. Bringt uns aber einen Feuchten. Gut, hier geht auch. Der Weg ist... Ja. Ich meine, wir erkunden hier wirklich einen riesen Bereich dann dementsprechend auch. Ich würde erstmal nach hier gehen. Äh, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir uns ausgebreitet bis zur anderen Grenze. Leider ist exakt hier Ende. Hier, die Silberdegen sind in, äh, sind in Arbeit. Aber wir kriegen nur 5% zusätzlich. Wir haben da ein 13 Stück. Das wird, glaube ich, nicht mal... Das müsste... Das reicht nicht mal. Handelsposten, 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 Handelszentrum. Handelszentrum? Wir können nur Handelsposten bauen. Oder können wir Handelszentrum bauen? Nein, oder? Nee, Handelsposten können wir nur bauen. Handelszentrum wäre auch cool, wenn wir bauen können. Irgendwie was Größeres zum Handeln vielleicht noch. Eine Kunstschmiede fehlt uns noch. Aber... Ja gut, wir bauen mal einen, oder? Dass wir alles... Allein der Vollständigkeit halber... Dass wir alles gebaut haben. Aber... Wir können halt damit nichts anfangen, weil wir das Zeug nicht herstellen können. Kannst du mal einen Aufschlag geben? Vielleicht kriegen sie es doch irgendwie zusammen. Aber ich weiß nicht, wo wir Rubine herkriegen sollen. Und laut dem, was ich gelesen hatte... Ist mittlerweile auch ein bisschen her... Gab's die noch nicht ingame. Also du konntest die nur durch... Ich glaube nicht immer durch Handel konntest du die bis jetzt kriegen, die Dinger. Kürbisse wollen die von mir. Ah, okay. Können wir uns schon mal vorbereiten. Und die wollen Brot. Beides haben wir. Wir haben Kürbisproduktion. Fragt mich jetzt bitte nicht wo. Brotproduktion läuft auf jeden Fall. Und wir haben eine Kürbisproduktion da. Eigentlich. Was ist hier los? Ah, die Felder werden aber wieder bestellt, oder? Pool raus. Silbervorkommen wurde entdeckt. So, hier haben wir uns jetzt auch aufs Maximale ausgebreitet. Wie gesagt, bringt uns aber alles nichts. Wir haben alle Diebe bekämpft. Hier unten ist nichts mehr. Hier drüben... Auch nicht wirklich noch was. Wir können höchstens noch einen Deckerposten hier pflanzen. Wobei mir der eine jetzt, glaube ich, erstmal reicht, den wir hier haben. Der ist unterwegs. Mit denen kommen wir halt... Ja, nicht mehr wirklich weiter nach drüben. Also... Gut, wir kommen bis hier hin, aber... Hier ist, glaube ich, nichts. Moment. So. Und da haben wir alle die Diebe weggemacht, die wir hatten. Also, sämtliche Diebeslager... Das waren echt eine Menge, aber... Hier oben können höchstens noch welche sein. Aber... Die sehen wir noch nicht. Und es müssen... Eigentlich müssen noch mehr Schemen da sein. Weil wir haben bis jetzt drei Schemenlager, glaube ich, umgenietet. War jetzt nicht die... Das ist mega krasse. Ach komm, wir bauen noch ein paar Entdecker durch. Wir bauen noch Entdeckerposten. Wie weit kriegen wir da den Radius gezogen? Gar nicht so weit. Wie ich angenommen hatte. Tatsächlich gar nicht so viel, was wir entdecken könnten. Aber wir können da hinten zumindest schon mal anfangen. Äh... Ah ja, so... Ah, okay. So weit kriege ich den Weg gar nicht gezogen. Querfüllein ist aber auch relativ egal. So. Mit denen können wir halt nur Freundschaft schließen. Hier fehlt es noch. Wenn wir das haben. Und dann müssen wir komplett durch sein. Wir haben jetzt aber... Alles andere haben wir komplett ausgeschöpft. Es fehlt wirklich nur noch jetzt dem Mysteriösen Ort. Ich drehe mal die Zeit wieder schneller. Damit wir schnell da vorankommen, was hier die, äh... Gebietserweiterung angeht. Die Frage ist, wo sind die Dudes? Und was machen die Dudes? Eigentlich erweitern. Wieso steht ihr hier sinnlos in der Gegend rum? Auf Patrouille. Ah, weil Steine fehlen oder was? Steine fehlen. Ja gut, der Weg ist leider verdammt weit. Wo die Steine transportiert werden müssen. Ja, die Steine kommen, aber es sind... Es ist leider ein großes Stück. Wir müssen gleich mal über unsere ganzen Handelszeuge und alles gucken. Aber jetzt wird hier erweitert. Äh, wir haben ja gesagt... Ja, das kriegen wir auf jeden Fall angeschlossen. Ihn hier hinten leider nicht. Brauchen wir eigentlich beide? Ne, plus 50%. Dann wären wir aber eher freundlich. Wir brauchen nur einen von beiden. Der bringt 40%. Würde... Ist egal. Der bringt 50%. Der bringt 40%. Spitzhacken und Brot. Und die hier wollen Kürbisse. Das hier sind die Kürbisse, oder? Ja. Der ist sogar leichter, weil Kürbisse. Okay. Bam. Nur... Ja. Die Grenzsteine fehlen. Und wir haben nur zwei Wachen hier. Warum? Wir haben nach wie vor ein Wachenproblem, oder was? Das, Freunde. Ähm, hier. Ja, bauen wir mal... Ja, gut, wir haben ja welche verloren. Produzieren wir mal bitte nach. Normales Soldaten müssen wir auch nochmal gehen. Veteranwache. Eisenlanze. Weiß ich nicht, wozu man es braucht. Die rennen auch vor Schemen weg. Fünf und acht Träger. Das. Hier ist nach wie vor in Produktion. Achso, was macht denn meine Kunst? Das funktioniert ja immer nicht, oder? Kein Personal anwesend. Schmied. Oh, Hammer und Zange brauchen wir. Das ist kein Problem. Stellen wir mal was her. Holzwerkstatt. Handdienst quittiert. Stellen wir mal fünf Bögen her. Nein, wir haben ja sowieso nichts zu tun. Ganz ehrlich, das ganze System läuft gerade. Sie arbeiten sich gerade vor. Unser Weg... Passt. Okay, scheiß drauf. Ähm... Ich müsste mal wissen, wo die halt genau herkommen. Ihr seid fertig, oder? Eigentlich ja. Ähm... Mach mir mal... Mach mir mal... Wobei... Nee, Fehler, Fehler, Fehler. Diebe. Nimm mal zehn davon. Wobei... Nimm mal acht. Fokuspunkt nach da. Fokuspunkt nach da. Hier steht die ganze Zeit die Diebe rum. Aufholen. Wo kommt der denn? Wie soll ich da ein Wachtturm hingebaut? Wie viel Sinn ergibt dieser Wachtturm? Was... Was hatte ich... Ganz ehrlich, was hatte ich denn da vor? Rein Interessen halber. Also ich hatte was vor... Was hatte ich denn da vor? Der ist ja völlig... Der ist ja völlig sinnfrei. So, die müssen die Diebe hier ausgelöscht haben, oder? Ja. So. Tschüss, Siegowski. Geschickter Dieb. Ganz ehrlich. Die Frage ist, wo kommen die hierher, Freunde? Wo zur Hölle kommt ihr her? Ihr müsst ja von da kommen, oder? Von irgendwo kommen sie. Die Frage ist, von wo? Okay, das wird gerade alles entdeckt. Dahinten... Oh, komm mal da ran. Oh, ja. So, Freunde. Party time. Wir haben ein Diebeslager entdeckt. Und da komme ich sogar noch überall lang. Geil. Nehmen wir mit. Nehmen wir direkt mit. Hier ist der Weg nach wie vor. Müssen wir mal gucken, dass wir... Oh, kriegen wir da einen Weg durchgezwirbelt? Ja, habe ich mir fast gedacht. Wir müssen das hier umbauen. Und zwar müssen wir hier weiter an den Stein vorbei. Machen wir hier, damit wir da hochkommen. Bandit wurde entdeckt. Ah ja, von dem Lager hier. Okay. Ja gut, das sind wir gerade am Klären. Wir sind gerade in der Klärung des Ganzen. So, Freunde. Bitte sehr. 25... Oh, 24. Warum fehlt einer? Oh, mir fehlt ein Draufgänger. Müssen wir produzieren. Wir haben keine Draufgänger mehr. Oh, mehrere. Gut, wir haben einige verloren durch die ganze Diebeslager, die wir ausgehoben haben. Aber es war auch eine Menge. Bingo. So, nächstes. Zwei haben wir verloren. Keinen verloren. Keinen verloren. Keinen verloren. Yes. Wir haben nicht einen verloren gerade, oder? Cool. Was passiert eigentlich? Blöde. Ja, ich kann ihn da nicht hinziehen. Aber was ist, wenn ich ihn da hinziehe? Das bringt mir aber nichts, oder? Der Fock of War wird dadurch nicht aufgelöst. Ne, nur wenn sie was entdecken würden. Also ein Diebeslager oder sowas. Aber hier ist nichts. Und ich kann hier nicht hinziehen, weil da der Fock of War ist. Schade. Okay, aber die Diebeslager haben wir zumindest ausgerottet. Dann würde ich sagen... Ciao. Wieder zurück. Die Diebeslager haben wir allerdings. So, ihr sollt genau hier weiter nämlich da einen Weg durchgezogen kriegen. Durch das Ganze. Ich meine, bis hierhin kommen wir, aber weiter kommen wir nicht. Weil hier da... Ja, hier ist leider das Metall im Weg. Wir haben zwar das Metall jetzt erkundet, aber... Genau da bitte. Ne, nicht da. 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 Exakt da, bitte. Weil das könnte reichen hier. Wir müssen nur hier außen... Perfekt. Wir müssen nur hier außen rumkommen eigentlich. Danke. Geht doch. So, dann können wir wieder nach oben arbeiten. Und zwar nach... Ah ja, geht nicht. Oh ja, wir brauchen nochmal einen Posten. Nach hier und sich da bitte verbreitern. Beziehungsweise... Ja, reicht nicht. Ja, und da können wir keinen hinbauen. Also wir brauchen das Feld hier, damit wir was hinbauen können. Okay. Das hier ist... Ich habe... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier getrieben habe, aber... Der ist eigentlich völlig sinnfrei. Ich meine, wir können uns nach hier hinten weiter... Das machen sie auch gerade, aber... Bringen tut das nicht wirklich was, finde ich. So, wie sieht es hier an der Diebesfront aus? Hier ist jetzt eigentlich... Ne, ist ein Hase. Hier ist eigentlich Clear. Träger, Träger, Träger. Das sind die, die... Die zu Handelszendung von denen laufen. Da kommen Diebe. Von da... Doch, von da oben kommen die. Irgendwo von da. Irgendwo hier. Und zwar gar nicht so wenig, die da kommen. Moment, wo war er jetzt gerade? Wo sind sie denn? Irgendwo kommen sie runter. Ja, da. Und zwar eine ganze Menge, die da kommt. Vor allem Elite auch dabei und allen drum und dran. Hier, meine Veteranenwachen leiden auch ein bisschen runter. Okay. Das bedeutet... Zehn. Zehn. Dann brauchen wir... Zehn Fackeln. Und wir brauchen die Silberdegen. Zehn. Hier ist Werkzeug. Das ist halt schade. Warte auf Material. Ja, welches Material? Das Problem ist, die gibt es halt nicht. Es gibt weder Rubine noch Smaragde. Du brauchst für die Herstellung von dem Zeug. Ist momentan noch ein bisschen unglücklich gelöst. Hier ist ein bisschen unglücklich. Nee, Moment. Das war Fail. Äh. Weil? Perfekt. Nice. Wobei, nee, nee, nee. Wir müssen... Wir müssen sowieso nach hier. Bam. Erstmal. Äh, die haben jetzt hier erweitert. Äh, ich bin noch mal überlegen, ob wir den abreißen. Also den Deckerposten nicht, aber ob wir ihn hier abreißen. Weil er eigentlich... Ja gut, wir können hier überall noch Gebiet erweitern, aber es bringt uns halt effizient gar nichts. Kannst mal hier noch Gebiet erweitern, ob da noch irgendwo Banditen lauern, aber... Ich bezweifle es tatsächlich. Hier wird auch schon vergrößert. Wenn wir Gebiet vergrößern, geht auch der Fog of War weg. Aber... Ja, das hier müssen wir noch anschließen. Das wird dann beliefert. Etablier ein Purportal. So, wie sieht es im Handelsposten aus? Du bist nach wie vor am... Nicht-Vorhandenen Silberdegen liefern. Wir brauchen mehr Silberdegen. Ciao. Kann das sein, dass wir kein Silber mehr haben? Ich habe mich jetzt mittlerweile... Doch, wir haben Silber. Und wir haben massenweise Eisen. Aber meine Produktion müsste auch irgendwann tatsächlich mal in die Hose fahren. Alle erreichbaren Territorien. Bam. Bis erst sind frei. So, wir müssen mal gucken, welche Dinge jetzt nichts mehr produzieren können nämlich gerade. Oder welche nicht mehr produzieren. Brot haben wir jetzt hier. Kürbis haben wir hier. Hier ist alles am Produzieren. Baustellencamp. Die haben noch was zu tun. Hier sind massenweise... Kommt immer wieder die Banditen noch runter momentan. Dann haben wir Produktion. Hier haben wir noch mehr als genug. Hier wird alles immer noch produziert. Nö, keine Flaggen. Ich habe jetzt schon gedacht, wir haben irgendwo Flaggen stehen. Damit wir irgendwo keine Produktion mehr haben. Aber noch. Läuft die komplette Produktion. Eisentagebau, Kohletagebau, Steinbruch. Wo haben wir Silber? Silbertagebau ist hier. Aber der hat noch... 19 und 5. Gut, er wird irgendwann nichts mehr haben. Aber das reicht erst mal. Und Schatzkammer 76 plus. Wie ist unsere Kampfstärke? Rein Interessen halber. Erschrickt durch Schemen. Ist das nicht... Ist nicht mehr rot. 12 plus 5. Bonus durch Reichtum. 1,7 plus nur. Moment, er nur 1,7 plus und die haben plus 5. Erschrickt durch Schemes. Auch ein bisschen ausgekrauter. Man, wie ist es nicht? Man, wie ist es nicht? So, die erweitern nach da. Hier müssen irgendwo noch massiv viele Baditen sein. Okay. Planierer auf dem... Ja, gut. Ja, das kann dauern, bis sie kommen. Da. Einer. Da kommt der Rest. Das sind erst wieder... Nee, Baustellenträger schon. Okay. Es ist halt ein bisschen ungünstig, dass das Ding haben, dass du einmal komplett um die komplette Insel aus rumlatschen musst. Um das zu kriegen. Das ist halt echt bitter. Okay, keinerlei Banditen, nichts. Dahin wird auch nichts mehr großartig sein, glaube ich, was Banditen angeht. Können wir mal gucken, ob wir irgendwas im Nebel schon erkennen. Aber das sieht eher nicht danach aus. Hier sind wir jetzt gerade schon am Entdecken. Wie gesagt, irgendwo hier müssen auf jeden Fall noch mal Banditen sein. Die Frage ist wo. Wie sie sehen, ich sehe nichts. Kann das sein, dass ich hier vielleicht einen Deckerposten hinbasteln wollte? Das ist das einzige, was zumindest Sinn ergeben würde. Weil wir hier dann nochmal alles erkunden könnten. Nee, du bist ein Hase. Wir suchen halt gerade verzweifelt die letzten Banditen, praktisch. Das letzte Einhorn. Ganz ehrlich, wo sollen die jetzt sein? Da komme ich so ran. Hier ist ein Berg. Eigentlich können die nur da hinten sein. Wo sollen die sein? Müsst du einmal sehen, wo die herkommen. Keine Ahnung. Da oben können wir mal gucken. Hier ist auf jeden Fall Todehose. Wir haben uns mittlerweile bis so hoch gebaut. Da hin geht es dann auch noch weiter wahrscheinlich. Sieht zumindest danach aus. So, wie schaut es hier aus? Plus zehn Wachen. Einwandfrei. Die Entdecker sind auch fleißig unterwegs. Ah, hier ist halt echt nix. No ha ha. Da ist der Berg. Hier ist schon wieder Wasser. Ja gut, wo die herkommen, würde ich mich echt mal interessieren. Keine Ahnung. Müsste ja von... Ob die da lang laufen? Hier hinten vielleicht? Wir werden das herausfinden. Abenteuer gilt da keine Aufträge mehr. Gut, ist erstmal egal. Bingo Bongo. Ein mysteriöser Ort wurde entdeckt. Nice. Und es wird geliefert. Mysteriöser Ort haben wir. Und die Waffenschwieder ist auch durch. Ja, ihr seid jetzt durch. Ihr seid durch. Nummer zehn. Nummer zehn. Nummer zehn. Ah, Eisland ist ein Sparzeug. Wir sind fertig, Freunde. Fertig sind wir. So, hier wird geliefert. Plus 23. Alle auf dem Weg. Ihr könnt... Keine Ahnung, macht ihr Feierabend? Nee, oder? Feierabend gibt's nicht. Okay, hier ist auf jeden Fall Ende. Da weiß man's nicht. Hier weiß man's auch nicht. Ich glaube, wir kommen nur nicht weiter, oder? Ja, das ist so ziemlich Ende. Dahin wird's nicht großartig weitergehen. Wie gesagt, hier hinten... Was macht mein Entdecker? Der... Ja, wird das gebaut. Dauert leider immer einen Moment. Die Wege hier sind auch mega weit. Ich frage das echt, wo diese ganzen Manditen herkommen. Ja, Glück hat's sieht man's mal, aber... Keine Ahnung, wir müssen eigentlich... Ja, von da oben. Jetzt haben wir's gesehen. Von da. Von da oben kommen sie. Alle rangerannt. Und zwar eine ganze Menge. Gut, ist mir aber egal. Wir haben genug. Können wir hier schon umgekämpfen. Warum nicht? Nehmen wir die Waldläufer dafür. Und die kommen von da oben alle angerannt. Das heißt, wir müssen nochmal eine Garnison... Garnison... Hierhin basteln. Und würden dann bis nach da oben kommen. Doch, würde gehen. Dann können wir die Garnison hier dicht machen. Und hier oben praktisch die neue aufbauen. Das heißt, wir nehmen hier alle raus. Packen hier rein. Da rein. Dort rein. Und können dann theoretisch nochmal die Soldatenblatt machen. Aber... 23 von 31. Der Rest 4. Mir fehlen tatsächlich Kürbese. Kriegen wir aber auch noch geliefert. Plus 8. Einwandfrei. Alle werden geliefert. Und dann haben wir es. Dann müssen wir eigentlich durchsetzen mit der Mission. Mega umständlich, dass du dich um die komplette Karte arbeiten musst. Hier gibt es auch noch irgendwie... Wobei hier würde auch Ende sein. Und irgendwo dahin, ganz im letzten Winkel, sind noch mal Dicken Camps. Und zwar massiv viele. So, da kommen meine Entdecker. So, ihr müsstet jetzt eigentlich langsam dann aufdecken, wo die Banditen herkommen. Ihr Dudes. Willst du denn? Ja genau, da. Da lang, bitte. Jo? 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 Hier schon mal nicht. Hier schon mal nicht. Das Ding anzuschließen. Gut, wäre von hier aus wiederum möglich. Fokuspunkt können wir gleich mal nach hier drüben setzen. Bam. Und dann können wir praktisch hochrennen. Hier müssten sie ja überall durchkommen. Das müsste passen. Kürbisse, die letzten vier. Eins, zwei, drei. Vier. Da ist der letzte. Und dann haben wir es. Lauf, Forest. Lauf. Ja, guck. So. Und jetzt müssen wir es haben. Und? Und? Ta-da! Yay! We are the champions. Du hast gewonnen. Glückwunsch, du hast dich mit einer Fraktion angefreundet. Du hast gewonnen. Du hast dich mit allen pagodischen Dörfern in dieser Insel angefreundet. We are friends forever. So, theoretisch können wir jetzt sogar noch weiterspielen. Und können hier weiter bauen. Und können Verbündete sein und so weiter. Wenn wir im Verbündeten sind, müssten wir, glaube ich, sogar das übernehmen können. Das heißt, denen ihr ganzes Zeug gehört an uns praktisch. Ähm. Komm, wir haben noch zwei, drei Minuten. Wir nehmen die noch aufs Korn, oder? Falls ich die noch ausgrabe. Weil, keine Ahnung. Da sind sie. Komm ich da ran? Boah, Zimmer unterwegs. Aber wohl, ja, Material ist da, oder? Es dauert halt ewig, bis sie da wären. Ah, nee, komm, wir lassen's. Wir haben gewonnen. Ich bin zufrieden. Irgendwo ganz dahinter am Arsch der Welt. Wir würden, okay, wir würden sogar rankommen. Am Arsch der Welt sind die letzten Mandierten, die uns dauernd nerven. Aber nicht wirklich weit kommen. Also wir haben, es ist, glaube ich, sehr gut gelöst. Mittlerweile die komplette Insel da unten gehört uns. Wir haben alles erschlossen, was man erschlossen, oder erschließen konnte. Gut, ein bisschen mehr wäre doch gegangen, aber ganz ehrlich, wozu? Ich hätte gerne am Anfang mehr Platz gehabt. Jetzt haben wir hier massenweise Platz, weil wir hier alles abgeholzt haben. Bisschen mehr Platz gehabt am Anfang. Platz ist tatsächlich ein Problem, weil du echt groß bauen musst. Und dieses Außenrum bauen um die komplette Insel, weiß ich nicht. Das können sich, da gibt's cool immer, ich harnigen vielleicht. Oder baue doch zumindest hier nicht alles zu, damit du irgendwie den Weg finden kannst, der ein bisschen besser ist, wie einmal, um die komplette Insel außenrum zu buddeln. Wäre cool gewesen, wenn das gehen würde. Oder dass du über die komplette Insel rennen musst, um jetzt die letzte Mission abzuschließen. Aber, ja, da hinten sind die letzten Manditenlager. Gut, das werden einige sein. Wahrscheinlich so ähnlich wie da oben. Wir hätten aber mehr als genug Durchschlagskraft, um die komplett niederzuprügeln. Und, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war das erste Mal für Pionis of Vagonia. Wir hätten noch die Bärwölfe unter anderem vor uns. Schreibt gerne mal in den Kommentaren in dieser Folge, ob ihr das so sehen möchtet oder nicht. Sehen möchtet, je nach Feedback. Machen wir das vielleicht noch irgendwann. Sonst würde ich das Display tatsächlich diesmal auch wirklich erstmal beenden. Denn es gibt genug andere Projekte. Welcome to Paradise, Scum. Was haben wir noch momentan? Und Entschrouded und so weiter. Noch und Löcher. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bei einem anderen Game. Oder genau hier, wenn ihr wollt. Tschüssi, Gorski. Jakobio Bet. 3. 4. 13.